Herzlich Willkommen zum Newsletter 159, in dem wir Sie ganz herzlich zum Tag der Küche am Samstag, den 28. September einladen. In der Werkstatt können Sie die Küchenfertigung und mehrere Küchen kurz vor der Auslieferung sehen und wie immer natürlich auch mit uns kochen. Zwischen 10 und 16 Uhr zeigen wir Ihnen alles, was Sie interessiert und manche Kunden bringen sogar eigene Lebensmittel zum Ausprobieren unserer Geräte mit. Wir zeigen eine tierisch coole Küche im industrial Style in unserer Nachbarschaft. Das Pony Kolik, die Bernhardinerin Daisy und das Hündchen Ide, die fühlen sich ganz sichtlich wohl und auch das Katzenbuffet wird zwar begeistert, aber nicht immer exakt nach unseren Ideen genutzt. Apropos Tiere. Für das Herzburger Tierheim bauen wir mithilfe anderer Spender eine neue Massivholzküche, die parallel zur Vielfalt der beherbergten Tiere auch die Vielfalt der heimischen Bäume zeigt. Sie ist am Tag der Küche dann schon entfertigt zu bewundern. Moritz Mayer hat mit seiner Gesellenstückgarderobe nicht nur uns, sondern auch die Jury begeistert und zusätzlich hat er auch noch die zweitbeste Prüfung der Innungen gelegt. Bei uns haben seit dem Jahr 1989 48 Lehrlinge eine Ausbildung abgeschlossen, 40% davon waren Frauen und dabei 48 Preise gewonnen. Lust auf unsere Badezimmer aus Massivholz wollen wir Ihnen mit unserer neuen Seite auf der Homepage machen und das Vorurteil endlich beseitigen, dass Massivholz ein Problem mit Feuchtigkeit hätte. Wir haben mal wieder ein neues Gruppenbild mit dem ganzen Team gemacht und das Porträt unseres neuen Auszubildenden gleich mit. Samuel Wittmann macht tolle Arbeit und hat für uns sogar schon Brot gebacken. Als gutes Beispiel für Nachhaltigkeit im Handwerk haben wir auf der neuen Handwerks Homepage eine neue Seite bekommen und haben wieder ein paar Impressionen aus dem letzten Paris-Besuch im Blog für Sie zusammengestellt. Alle Artikel über die Untergrumbacher Werkstatttage und das 20-jährige Jubiläum des Gitarrenfestivals in Untergrumbach finden Sie im Blog und das legendäre Gewürz unserer Kartoffelchips haben wir aktualisiert. Besuchen Sie uns am Tag der Küche oder wann immer Sie Zeit haben. Bis bald! Danke sehr! Ernst Grieshofer Vielen Dank! 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 Vielen Dank!